Eine kleine Ukulele. Es ist eine Ohana SK21, eine Sopranino Ukulele aus Massiv Mahagoni in seitem mattem Finish mit satten zwölf Bündeln und direkten Stimmwirbeln. Ein süßes kleines Gerät. Ich sag's gleich, meine Finger sind ein bisschen zu knubbelig für solche kleinen Dinger. Egal. Ich habe sie übrigens auf D gestemmt. Ich habe sie über die Schöne. Ich habe sie über die Schöne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheibenwächer Flip Untertitelung des ZDF, 2020